Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zum Metzelfest vom Star Wars Battlefront 1. Ich weiß, es gibt schon Star Wars Battlefront 2, aber Freunde, ich kenne die Saga halt noch nicht. Und somit beginne ich einfach mal bei Star Wars Battlefront 1 hier. Jawohl! Arsch Vader, nicht Darth Vader, ist gerade hier angesagt. Wir müssen einfach so viele Rebellen zerstören, wie es geht. Beziehungsweise platt machen, zerfetzen, zerschellen oder einen Dosenfraß verarbeiten. Jawohl, das Spiel empfindet sich auch noch zur Zeit bei 18% in Installation. Das macht aber nichts. Wir schauen hier einfach schon mal rein. Ich habe ja schon mittlerweile 76 Gegner besiegt. Und ich muss mal sagen, das Spiel ist echt der Hammer geil. Oh, da ist ein Rebelle. Ey, Bruder! Da! Deine Mutter auch? Widerstand ist zwecklos. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Borg von Star Trek. So, wo sind denn die? Da vorne kommen die, glaube ich, raus gleich. Hey, hört mal, ihr Schnutenfeger. Oh, das wäre der mit nervös. Alles klar. Hi! Kommt es gerade richtig? Oh! Bye, bye! Huch! Verzeihung! Entschuldigung! Ich wollte deine letzten Arschhaare noch weglasern, würde ich gerade sagen. Das Raider ist sauer. Der hat leider keine Konzerndose Tumpfisch bekommen. Ah, hier ist Blocken. Guck mal, jetzt haut er ab hier. Komm mal her. Ehrlich? Ja, Arsch, Raider. Ja, Blocken. Ganz wichtig. Und tschüss! Und du! Verreck! Ah, wer war das? auch noch handeln mit sprengstoff hier das geht aber auch nicht hier ich hoffe mal die tonaufnahme ist so gut so auch im hintergrund das spiel endlich mal voll installiert ist sie sei es war stufe 2 da kann das auch schon losgehen in der mission nur erstmal mal zum reinschnuppern hier finde ich aber gut dass man schon mal spielen kann wir müssen eigentlich gleich hier rauskommen aber du schlägst mich du schlägst mich hier frisst du bist jetzt rasiert was war noch so hier einies du schleimscheißer was war gestern was war gestern was war gestern was war gestern gestern war mutter aber davon sind auch noch ein paar arschlöcher die holen wir uns jetzt auch noch mal ja wo willst du denn hin wo willst du denn hin ah daneben das ist wie Baseball manchmal aber Star Wars ihr das ist das ist Sinnlos, wohlgemerkt. Dann nimm ich meinen Helm ab, pinkele da rein und setze jetzt auf den Kopf da vorne. Scheiß Rebelle. Aber Freunde, richtig geil gemacht, muss ich mal sagen. Mein größtes Kompliment. Mal gucken. So, alles klar. So, da kommen schon wieder die nächsten Haufen Backfische. Ah, mal von da. Mal von da. Ja, komm. Das wird nix. Oha. Warte mal hier. Du, willst du auch noch einen reinhaben, oder? Und tschüss. Nicht mit Arschwäder. Das Coole ist sogar, man kann nur... Ui, ich komme. Ah, schau dir. Wolle ich nur weg. Fetzen. 99 plus Gegner besiegt. Wow. Ist ja schon mal ein guter Start in die Karriere von Star Wars hier, ne? Da vorne kommen gleich wieder welche. Ja, wir kriegen wieder Besuch. Da oben. Hallo, ich grüße euch. Ja. Oh, sorry. Okay. Ja, bam. Hoppla. Tut mir leid. Hey, warte mal. Wo willst du hin? Du hast was vergessen. Ich wollte dir mein Laserschwert in deinen rektalen Arsch stecken. Ah. Ich werde doch nicht stoppen. Ganz genau. Hihi. Woll mal hier. Boah. Wer bist du für ein Schmutzwuss? Was soll das denn werden? Was soll das denn werden, Alter? Ja, was soll das denn? Aua, aua. Ich mag keine Massage. Ich bin ein Sith. Klar. Wo, 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 wo. Doch mal hier. Doch mal hier. Macht es meine Waffe. Die Macht ist, wenn ich die Leute hier alle zerstöre. Jawohl. Komm her. Dich mische ich auf die Rechnung. Ja. Bye, bye. Hey, willst du hin? Oh, warte doch mal. Bleib doch mal hier. Komm her. Du kriegst jetzt mal richtig einen reingedrückt. Ey. Ganz genau. Glaube an die Weisheit von Darth Vader. Äh, Arsch Vader. Entschuldigung. Arschwader. Warte, hinsehe ich das Spiel geil. Genickbrechen. Doch besser. Jawohl. Bereithalten. Oh, lauf. Wisst ihr, wie die da ausseht? Irgendwie wie so, äh, wenn ich das so ausdrücken darf, als ob die die Burka an hätten. Aber so ein Weißes. Hehe. So aus Lackleder. Oh. Was denn da? Was denn los? Ja, ist gut. Bye, bye. Du sollst verrecken, hab ich gesagt. Oh. Meine Güte, kannst du mich hören? Dr. Klaus. Hier noch ein paar Haufen Penner hier. Hoppla. Ah, schade. Ein bisschen durchteilen wäre geil. Hehe. Ansonsten ist das Spiel einfach der Hammer. Ja, was denn? Und tschüss. Doppelten Rittberger. Feuer frei. Freige Bahn mit Nazi-Bahn. Ey, warte doch mal. Sei doch mal hier, Mensch. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? Hm. Oh, kann ich auch. Ach, du gehst mir auf den Sack da oben. So. Nichts passiert, nein. Frohes Neues bei der Star Wars. Jawohl. Wieso jawohl? Ich bin der Chef hier, ja? Das ist gleich mal eine anständige Bohrung. das macht das weiter, wie ich von vorne angucken kann. Hi, grüß dich. Schön, dass du dich freiwillig meldest. Die beiden auch. Auf Wiedersehen. Ey, du siehst aus wie deine Mutter, Alter. Komm mal her. Ah, shit. Paul Schmidt. Na komm, wir wollen mit. Ein Stück Scheiße. Oh. Gekecken. Wie. Wie. Hallo. Grüß dich. Oh. Aber hier. Oh, zack. Was laberst du da für einen Scheiß? Na ja, komm mal her. Na. Hier kriegst du alles wieder. Oh, aus der Entfernung reicht das ja wohl, ne? Bleib mal hier. Komm mal her. Hoppla. War ich das jetzt noch? Nein. Ich war das nicht. Ich bin Arsch, weder. So, Freunde, würde ich mal sagen. Gehen wir mal raus hier, wo haben wir uns das Spiel installiert ist im zweiten Teil. Und dann sehen wir uns dann wieder bei Star Wars Battlefront. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und bis denn. Euer Dennis. Tschüss. Bayeis. Aus. carstras. Wie. Ich bin Karst.